Was? Komm her, ich rück noch an die Sohre. Komm her! Komm her! Komm her! Rück mal die Sohre, ich blute schon. Servus, Leute, was geht? Willkommen und jetzt alle zusammen bei einem neuen Video. Ja, heute haben wir uns was richtig cooles ausgedacht mit drei Freunden. Die stelle ich euch gleich vor. Freunde, ihr kennt ja, wer würde er und wir haben uns gedacht, wer muss es machen, heißt es. Wer muss es machen, Leute, haben wir uns hier ein paar Strafen aufgeschrieben und jetzt kommt erstmal die Jungs, Jungs, kommt mal her. Nummer zwei und Nummer drei. Ich bin wie so eine Dingswerbung, die Dingswerbung ist. Was hast du überhaupt für eine Energie gemacht? Alter, da ist irgendwas drin, also ich stückgebracht. Ey Jungs, ey Jungs, mach das aber, wie Albert sagt, wir machen das fair, ne? Leute, ich tritt gerade Energy, da sehe ich gerade, dass mir irgendwas gegen den Mund schwimmt, ey. Na ja, also ich kopf, ey. So, wir haben das jetzt so gemacht, jeder hat zwei Bestrafungen aufgeschrieben und keiner weiß, wer was genommen hat, Freunde. Und wir haben jetzt gerade Strohhalm genommen, weiß ist Barbaros, grün ist Alex, blau ist Albert und ich bin schwarz. Ich habe meine eigene Farbe nicht, weil ich mich wahrscheinlich nicht selber wähle. Und wer diese Aufgabe bekommt, muss es machen. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Wer fängt an, komm, wir würfeln, wer anfängt. Ich mache schon mal Licht an. Ja, klar. Barbaros, der Panzer, und dann machen wir Uhrzeiger, Barbaros, Albert, Alex. Uhrzeiger ist gut. Uhrzeiger ist anders, wer trägt. So. Wir machen gegen die Uhrzeiger. Wieso? Und los. Wer muss deppen? So, das Ding ist, beim Deppen bei uns, wer diesen Deppen macht, kriegt von allen Schläge, weil das bei uns verbunden ist. Seid die Verlagung? Ja. Drei, zwei, eins. Ja! Ja! Warte, sag! Ja! Komm, mach den, ne! Komm! Zieh mal durch, ey! Mach den, ne! Ey, warte, warte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, Russland, sag mal, muss ich nehmen. Sei ein Mann! Sei ein Mann! Der Angst! Stell dir vor, ich werde ein Vater! Leute, ich hab Angst, ey! Und jetzt, ich hab Angst! Oh mein Gott, nice! Oh mein Gott, nice! Oh mein Gott, nice! Haare abrasiert! Ey, ich hab euch doch gesagt, wie ich das passiert, ey! Ey, Leute, warte, warte! Weißt du, was machst, Alex? Der Typ hat kaum Haare! Die lucht das wohl nicht! Wie meint's denn das jetzt? Ey, Leute, Haare abrasiert! Ey, das ist voll mies, Mann! Das ist richtig mies! Seitdem, wo alle einverstanden ist, was das... Jetzt, wer gezogen wird, der guckt nicht gleich mit Minus-Aktion. So, mach ich nicht! Ich hab Angst! Dann sagt jetzt direkt, straight! Leute, ich weiß nicht, ich hab schon dreimal Haare, ob ich schon abrasiert ist. Dann ist das jetzt auch kein Ding mehr, komm! Ich bin gemein! Ey, was sagst du? Komm, nix, was sagst du? Ihr müsst das mal bekommen! Ey, ey, wer manipuliert uns! Warte, warte, ey, das ist irgendwie unfair! Der Typ hat gar keine Haare! Nein, nein, der Scheiße! Wie haben wir sich das gemacht? Dann wissen wir was machen! Nein! Fünf, vier, drei, drei, eins! Oh mein Gott, niemals, niemals! Leute, wir beide haben Einheit genommen und die beiden haben mich genommen! Boah! Wir machen niemals auf meine Haare! Wir machen das Stechen! Stechen, Papier! Stechen, Papier! Ja! Oder Schanzi? Nein! Was? Warte, ich will auch, ich will auch! Da 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 da! Traum wir wieder hören! Ich will einfach eine Haare sehen! Oh Junge! So lang! Eins oder drei? Eins, gut ist eins! Warte, ist eins! Warte! Warte! Wir machen das jetzt direkt! Oh Junge, ja, ja! Die Stechen, Platz! Schnick, schnack, schnack! Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott! 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 Albert hat verloren! Albert hat verloren! Warte, 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 warte! Oh mein Gott! Ey, mein Herz! Fühl mal mein Herz, Bro! Warte, wenn ich was anderes mache! Warte, wenn ich was anderes mache! Niemals! Nie, niemals! Warte! 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 Du hast gar nichts zu sagen! Du hast gar nichts zu sagen! Du hast gar nichts zu sagen! Glaube ich! Der hat aber Haare ab! Übertreibt nicht alles! Warte, wieso? Wer bringt deine Frisur so an? Ich? Kannst du dich mal seitdem etwas drehen? Ich drehe erstmal um! Oh! Oh! Wie? Der hat einmal weggeschnitten! Der hat einmal weggeschnitten! Was? Wie das sieht anders? Mein Ernst! Nein! Nein! Wir machen hier gar nichts zu sagen! Ja! Wow! Was ist das? Ich hab das gar nicht gesehen! Was ist das? Witzel! 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 Nein! Nein! Keine Null! So wie hier ist! Ich finde das nicht geil! Ja, aber ohne Witz Leute! Hut ab für diese Aktion, Alter! Ja, aber! Dass er sich das getraut hat zu machen! Also ich persönlich hätt's nicht gemacht! Ich hätt's abgestritten! Nein! Natürlich nicht! Für diese Aktion Leute! Wie viele Likes ihr habt? 10.000! Ey! Was würden meine Freundin sagen? Bist du behindert? Hallo Pony! Er hat gesagt dein Vater sagen! Hauptsache Kindergeld kommt! Der kann nicht mal Haare schneiden, der Junge! Ja klar! Das ist das für ein Überle! Junge, ich seh aus wie... ...viele... ...herde... ...viele... 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 Mach das morgen einfach! ...viele... 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 So Leute, wir haben jetzt beschlossen, die Haare komplett wegzumachen und dafür kriegt der Junge als kleine Entschädigung von mir morgen ein Pullover und ein Käppchen geschenkt. Oh mein Gott, warte. Ich will cool hierbei aussehen. Warte, ich möchte cool in die Kamera gucken. Der ist vorbei, oder? Ach, der Aramäische Boxerschnitt. Hey, können wir jedenfalls schritten erst schneiden. Das ist total eskaliert, die Sache. Ich schwöre, das Spiel ist total eskaliert. So Freunde, er hat diese Aktion wirklich durchgezogen. Für diese Aktion wird erstmal Respekt gut ab, Bruder. Wisst ihr, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wir haben gerade so Demokratie abgestimmt und man alles weg macht. Die sagen einfach nein für das Video nicht. So Sachen nerven lassen. Blind Sachen nerven lassen. Blind Sachen nerven lassen, okay? 4, 2, 2, 1, 0. Oh mein Gott. Wer weiß? Wer weiß? Das bin ich. Was bist du von mir eigentlich? Ich hab Ratschen gedämpft. Ich glaube, wen soll ich nehmen? Ja, aber nicht aufs Gesicht werfen, ne? Ja, ja, ja. Und behaltet euch, ey. Vertrauen, Vertrauen. Wir werfen hinter der Kamera raus. Ist doch gut. Okay, mach dich bereit. Warte mal, warte mal. Wer trefft mir jetzt mit gleichzeitig? Nein, nein. Ich vergangs, ey. Ja. Und dann, äh, sehr dankbar. 2, 1. Ah, was war das? Ah. Ah. Tschüss. Tschüss. Ey Leute, ihr glaubt euch was für eine Art von der Linken klingt, ich hab. Uäh. Ich weiß nicht, warum was geflogen kommt und was geflogen kommt. Was ist das? Ihr habt eine Kole sch... Also, ihr könntet ihr mich ruhig da so annehmen. Es ist Cap absetzen. Cap absetzen. Ah, Schnellchen. Schnellchen schnappen bis eins. Oh mein Gott, bist du ja hässlich. Kitzeln. Einmal mit dem Kitzel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alex, komm. Hey, ich will das Kitzel nicht machen. Warte mal, warte mal. Wie läuft das ab? Einer hält dich an den Händen, einer Füße, einer kitzelt dich. Wo kitzelt ihr mich? Warte, ich will jetzt die Kitzel nicht machen. Komm mal etwas mehr in die Mitte. Alex, komm. Darf nach oben gehen? Du musst das schon mitspielen? Alter, warum was? Leg ihn los, Alter. Singen. Okay, einer darf singen. 1, 2, 1. Tokio Hotel. Ich gehe durch den Mund rum. Ich gehe durch den Mund rum. Das war mein Liebling. Warte, Moment. Ich texte dich an. Du musst dich texten. Bisschen grinden. Hinter dir. Ja, ja, ja. Komm. Oh mein Gott. Lauf. Ich muss durch den Mund rum. Ich muss durch den Mund rum. Ich hatte die Welt. Bis ans Ende der Zeit. Bis kein Leben mehr fällt. Warte, Tag. Warte, Tag. Drei. Zwei. Eins. Null. Alex. Alex. Komm. Mach schnell. Warte. 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 Wer war dein erste große Lieder? Warte. 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 Was geht? Ab hier ist ja gerade ein Cut und ihr denkt euch, was ist jetzt passiert. Auf jeden Fall Leute, es tut mir leid, mein Akku von der Kamera ist einfach ausgegangen, deswegen konnte ich leider nicht weiter filmen, die letzten zwei Aufgaben, ey Leute, die waren so schlimm, das glaubt ihr gar nicht, wenn euch das Video gefallen hat Freunde und wenn ihr Bock auf den zweiten Teil habt mit den Jungs wieder, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und auf jeden Fall für Albert seine Aktion unbedingt einen Daumen nach oben da lassen Freunde und wie gesagt, wenn ihr Bock auf den zweiten Teil von sowas habt mit mehreren Kollegen von uns, mit schlimmer Aufgaben, dann schreibt es unten in den Kommentaren rein, lasst einen Daumen nach oben da, lasst es mich wissen und folgt mir auf Instagram und abonniert meinen Kanal und ansonsten sehen wir uns Freunde, macht's gut und haut rein und Leute, mein Kollege Barbaros hat auch noch ein Video hochgeladen, das kommt gegen 18 Uhr online, 18, 19 Uhr Leute, seid gespannt, da haben wir auch was mega, mega witziges gedreht und ich würde sagen, wir sehen uns dann später auf seinem Kanal wieder, macht's gut und haut rein Outro 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 Outro